Hallo und willkommen zurück in Luke Dunum, den späteren Lyon. Und wir haben ja damit aufgehört, dass wir beim letzten Mal Handel treiben konnten. Oder der Handel hat angefangen zu funktionieren, keine Ahnung. Der Handel jedenfalls war da. Und das bedeutet im Klartext, wir haben jetzt die Möglichkeiten, quasi Geld zu scheffeln und einen Puffer aufzubauen, damit wir hier, naja, nicht nochmal die ungrunsten Cäsars auf uns ziehen. Ja, das Wasser ist natürlich jetzt das Problem. Okay, was haben wir denn jetzt? Denn, ich glaube, Wasserversorgung müssen wir mal priorisieren. Erstmal, damit wir hier einen, naja, einen Zustrom kriegen. Der fehlt ja sowieso noch ein bisschen, so der Zustrom an allen. Und ich meine, so, ich glaube, unsere Waffenproduktion können wir erhöhen. Aber wir brauchen viel, viel, viel mehr, ähm, viel, viel, viel mehr, ähm, Eingeborene, Äh, Einwohner, nicht Eingeborene. Eingeborene haben wir genug hier, hier Rotbart und Erik der Nervöse. Äh, aber wir brauchen viel mehr Einwohner. Und dieser eine, der macht den Kuh ja auch nicht mehr fett, glaube ich. So, dann werden wir mal... Hm, ja, das Problem ist, wenn ich jetzt einen 7.000-Markt baue, dann... Ah, Mist, Mist, Mist. Irgendwas bauen, habe ich eine Schule oder so? Schule, Schule. Hm. Irgendetwas bauen. Hm. Was die Leute anzieht. Ah, Wagenbauer, ah, ein Hippodrom, das können wir bauen, hier brauchen wir mal Hippodrom rauf. Ne, das ist, glaube ich, ein bisschen Overkill gerade noch. Schon allein durch den Preis. Äh, ja, Künstlerkunde 50, ich... Hm. Wir haben jetzt so wenig Platz, zu wenig Platz. Klappe halten. Ja, äh, hm, machen wir da jetzt. Äh, immer wieder nur, das kommt nur so herangetröpfelt, die, äh, Einwohner, die Neuen. 84 Angestellte brauchen wir. 84 Angestellte. Die Nahausproduktion ist, ja, einmal liegen quasi, denn wir haben nicht genug Angestellte. Hm, ich glaube, wir können mal die Löhne wieder ein bisschen antreiben und die ein bisschen, die Steuer senken. Vielleicht, vielleicht lockt das hier ein paar Leute an. Ja. Lanzer, äh, 27, ja, 27. Lanzer 27. Ist ein, doch schon recht merkwürdiger Name, kann man so sagen. Ja. So, die Frage ist jetzt aber, was... Also, die Eingeborenen kaufen von uns, aber können wir auch etwas von denen kaufen? Und wenn ja, wo ist die Übersicht dafür? Hm. Wir haben jetzt auch nichts gekauft, das heißt, also, wir machen Plus. Allein mit den Steuereinnahmen und mit dem Handel machen wir Plus. Das ist gut. Blablabla. Ja, ja. Ohne Schneid bei den Eingeborenen. Wir bräuchten eventuell noch einen zweiten, einen zweiten Waffenschmiede, um noch mehr Waffen zu produzieren. Ich bin ja so froh, Römer, zu tun. Ja, ja, schon klar. Dreibein. Hier, alles. Äh, perversling. Was die Barbaren in den Hütten so alles treiben? Wohnen vielleicht? Essen, schlafen? Schlafen. Irgendwas, wenn wir auch schon mit den Hütten machen. Aber wir müssen erst mal dafür sorgen, dass wir mehr Einwohner kriegen. Und dazu gucke ich mal auf die lange Straße der Ankunft. Aber niemand da, der zu uns hinkommen möchte. Trotz gestiegener Löhne und gesunkener, nehmen wir mal die Löhne ein bisschen teurer. Ein bisschen mehr. So. Und so. So, Leute, kommt an. Löhne sind gestiegen. Steuern sind gesunken. Ähm. Arbeit ist auch voran. Ach, wisst ihr was? Da machen wir jetzt erstmal eine Sch... Uh. Die Grenzen des Imperiums haben sich verändert. Für weitere Details werfen Sie bitte einen Blick auf die Imperiumskarte. Oh my freaking God. Oh my god. Lutetia. Wir haben Lutetia eingenommen. Das spätere Paris. Und jetzt haben wir hier Massilia. Also Marseille. Kauft Geschirr und Marmor. Ich glaube, zack, 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 zack und zack und zack. Und so. Marmor nehmen wir jetzt an. Und wir bauen eine kleine Marmorgrube. Äh, Marmorsteinbruch. So. Na, wunderbar. Jetzt ist das jetzt wieder. Das ist der gute Ernst. Ernst, der Ernst hat einen Job gefunden. Das gefällt mir. Das macht mich froh, dass ich diesen barbarischen Massen Arbeit bringen konnte. Na ja. So, jetzt handeln wir sowohl mit Marseille als auch mit der anderen Stadt, die ich den Namen vergessen habe. Äh, mit Mediolanum. Mediolanum. So. Kauft Marmor. Das ist gut. Wie teuer ist eigentlich Marmor? Mal gucken auf die Preise. Preise anzeigen. Marmor, Marmor, Marmor. Uh, Marmor und Waffen. Die bringen ordentlich was. Die bringen ordentlich Geld in Kassen. Das gefällt mir. Das heißt, ähm. Ja, die Sache ist natürlich, diese Handelswege außerhalb dieser Karte sind stark von Steinfällen bedroht. Das heißt, irgendwann kommen mal Steinfälle oder, also nicht Steinfälle, sondern, ähm, na, hier, wisst schon, ne, Dingensbomenskirchen, ja. Ein, ein Steinschlag, so heißt das, genau, ein Steinschlag. Und dann sind für mehrere Monate die Handelswege blockiert. Ernsthaft? So. So, was kommt's noch? Rohmaterialien. Äh, nee. Ich rechne es mal ein bisschen ein, hier, das ist kein Mensch. Rohmaterialien, nicht, wie so immer, Rohmaterialien. Farm, Schwäneform. Und, pflege. So. So. Äh. So. Äh. Es ist eine Brillewurst. Wie brauchen, wie viel Woche mal 10? 10 Fleisch, ja. 10 Fleisch. Das brauchen wir aber erstmal Angestellter. So, wir haben Waffen und Marmor. Das läuft soweit, das ist gut, aber uns fehlen noch Angestellte. 44. Äh, Nahusprodu... Äh? Hallo? Ist noch nicht, ist noch nicht im System drin jetzt, oder was? Jetzt vielleicht? Hallo? Dann mach ich was nochmal. Farm. Die kaufen ja auch, die kaufen ja alles von uns. Sehr geil. So, Schweinefarm. Habe ich jetzt vielleicht 10 Angestellte? Konstruktion... Hä? Was ist denn? Äh, wieso komme ich keinen Angestellten rein? Ach, um Gottes Willen. Das Spiel macht mich irgendwann fertig. Cäsar verlangt, ja? Cäsar verlangt. Und wir können nicht liefern. Warum können wir nicht liefern? Weil das Spiel sagt... Nö, also... Diese Tierfarben, die nehme ich mal nicht im System alle Arbeiter auf, ne? Wie dreht der nach unten? Oh... Ist doch ein Hohn. So, er hat es wieder gekauft, er hat gekauft. Dennis, der Ältere hat gekauft. Hallo? Wieso geht das nicht? Die Schweinefarm ist doch auch nur ein Nahrungsmittelbetrieb. Aber hier sind doch Arbeitskräfte. Hier sind überall Arbeitskräfte. Ich sehe da nicht durch. Mach mal erst noch ein paar Latz so hin. So. Zufrieden jetzt? Irgendwann noch das Lagerhaus. Mist. Na bitte, geht doch. So, jetzt... Vier Angestellte haben wir schon mal, das ist gut. Da haben wir vier Angestellte, die ersten Schweinefarm produziert. Und wir haben... Ach du meine Fresse. Hei, 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 hei. So, wen haben wir hier gehabt? Die Spinne! Also Geld kriegen wir ja, das ist ja nicht das Problem. Zehnfleisch, siebzehn Monate. Ich schicke mal lieber ein Geschenk hin. Und ein Geschenk hin ist... Ja, ist... Ja. Wir kriegen neue Einwohner, das ist gut. Glaube ich. So. Na dann produziert man wieder schön Fleisch, ja? Aber schön zu sehen, wie die Schweine wachsen. Ja. Das haben unsere Berater. Unsere Berater sagen... Ja. Geht so. Geht so. Das haben unsere Berater. Mhm. Gleich haben wir das erste Stück Fleisch. Und es hat nur... ... einen Monat gedauert. Oder zwei Monate dann. Ich wage mal zu bezweifeln, dass wir das schaffen werden. Kaufen die überhaupt? Lassen wir uns überhaupt Geld da? So, da ist jetzt der erste... ...der erste Stück Fleisch. So. Wollen wir mal sehen. Hä? Achso, das dauert mal ein bisschen. Die Berechnung der ganzen Sachen dauert um ein kleines, ein klein wenig, glaube ich. Sowieso merklich, wie die Berechnung hier läuft. Ich muss jetzt mal kurz die Augen aufhalten, ob der hier... ...ob der gute Fizus Faltus... ...uh, der hat schon einen lateinischen Namen, das ist gut. Ob der schon... ...der Geld da lässt. Mal gucken. Ja, er lässt Geld da. Wunderbar. So muss das. So, nicht anders. Neuer Einwohner, okay. Das geht ja alles ziemlich, ziemlich schleppend voran. In zwei Stücken Fleisch in vier Monaten. Das ist kein guter Schnitt, glaube ich. Absolut kein guter Schnitt. Naja. Einen guten Tag. Einen guten Tag. Ja, kannst du. Aber, aber ich kaufe nichts. Ich verkaufe... Ja, ich weiß. Zwölf Monate Zeit zu erfüllen. Nein, nein, nein. Die Forderung haben wir nicht vergessen. Keine Panik, Cäsar. Alter Kollege. Wir werden das so nicht schaffen, die Forderung zu erfüllen. Aber hey, keine Panik. Keiner... Ihr... Hier, hab'n Araber Hengst. Geht aufs Haus. Geht aufs Haus. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Äh... Wir haben ein großes Problem, glaube ich. Ich werd... Ja, ich werd' die Marmorsachen mal einstellen. Weil wir haben... Absolut... Vier zu... Wieso haben wir so wenig Einwohner? Wieso? So, wir werden aus. Ne, das ist mal ernsthaft. Ähm... Die Sache ist die... Die sind überall freie Stellen. Normalerweise ist es doch am Anfang immer so ein... So ein Rush auf alles. Da können überall tausend freie Stellen... Also... Da werden alle sofort belegt... Alle... äh... Wohnungen... Wohnungen... Aller freier Wohnplatz. Hallalalalalalalala... Ich werde nicht mehr richtig. So... Wollen wir mal gucken... Das reicht vorne und hinten nicht mit den... Mit der Produktion von Fleisch. Vorne und hinten nicht. Vorne und hinten nicht. Viel Fleisch. Hm... Jetzt seid doch mal ruhig hier... Bello. Äh... Meine Hand ist gut, dass wir den haben, aber... Die Frage ist natürlich... Hm... Inwiefern... Die Hälfte haben wir geschafft... Das könnte doch noch was werden. Ach... Fickt euch doch ins Knie... Lalalalalala... Werkstatt muss ja... Ernsthaft... Rohmaterialien... Eisenmähner... Das müssen die... Die letzten Sekunden gewesen sein... Bevor der Präfekt hier lang gelaufen ist... Anders kann ich mir das nicht vorstellen... Sechs... Okay, vier fehlen noch... Und wir haben... Ja, das wird knapp... Aber wir werden es schaffen... So, Leute... Wieso kommen keine Einwohner? Ähm... Wahrscheinlich, weil unsere Kulturwertung am Boden ist... Könnt ihr mir vorstellen... Dass das einer der Gründe ist... Ich mach ihn mal weg... So... Wie viel haben wir? Wir haben... Sieben Fleisch... Das schaffen wir... So... Die ersten Arbeiter sind auch da... Oder? Hä? Hallo? Arbeiter? Hm... Ja, unsere Kulturwertung muss steigen... Dazu bauen wir hier mal ein Theater hin... Und... Eine Künstlerkolonie... Achtfleisch... Ja, okay... Unsere Kulturwertung ist gestiegen... Ist hochgeschnellt auf 25... Und jetzt bitte der Einwanderer... Ja... Ihr braucht euch nicht verstecken... Ihr könnt euch rauskommen... Also da muss ich sagen... Da... Da hab ich ja echt... Ähm... Also... Ja... Kein Plan... Warum und wie und weshalb... Hier... Hier keine Einwohner kommen... Wir haben doch ein wunderschönes Städtchen aufgebaut... Ein wunderschönes Städtchen... Cäsar liebt uns... Cäsar liebt uns... Hm... Weiß ich mal ab... Ist egal... So... Jetzt... Jetzt haben wir hier 10... Das können wir dann... Nach Rom schicken... Jetzt können wir es auch rum schicken... Wunderbar... Cäsar liebt uns doch bestimmt... Wieso kommen keine Einwohner? Was muss ich noch machen... Um Einwohner anzukriegen? Ich mach mir mal noch eine Schule hin... Weil ich es kann... So... Seht... Ich baue eine Schule... Und staunet... Über meine Bildung... Ich glaube... Den kann ich jetzt auch einstellen... Den brauchen wir nicht mehr... Erstmal... Die können wir dann bei Bedarf wieder dazu holen... Denke ich mal... Aber es fehlt hier echt an Leuten... An Einwohnern... Wo bleiben... Hier ist noch so viel Platz... Wasser... Brunnen... 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 Ne... Nochmal... Jetzt... Ist aber hier... Ah ne... Danke... Kein Problem... So... Jetzt Weizenfarm... Jetzt... Wird hier... Silo gebaut... Und zwar hier oben hin... Ist mir egal... Ob euch das nicht gefällt... Oder ob euch das gefällt oder nicht... Und ein Markt wird gebaut... Und zwar hier hin... So... Ich hoffe, dass die Markt-Tante bis hier nach oben läuft... Aber ich glaube, ich werde die Markt-Tante mal hier hin platzieren... Sicher ist sicher... Sicher ist sicher... So... Wir haben Arbeits... Wir haben Arbeitsplätze... Wunderbar... Das ist der Erste... Flavius... Hast du deine Kumpels mitgebracht? Flavius... Äh... Wo sind deine Kumpel? Okay... So... Die Markt-Tante geht zum Markt... Und bringt ein Stück Fleisch mit... Wunderbar... So... Jetzt... Da... Cornelius... Hast du deine Kumpels mitgebracht? Cornelius und... Cornelius... Keiner da... Okay... Uh... Uh... Da sind die Ersten... Das neue... Neue Einwohner... Neue Einwohner... Hier ist noch so viel Platz... Niemand hat bis jetzt auch nur ein Zelt aufgestellt... Und doch werden wahrscheinlich schon ein Kürze Einwanderer eintreffen... Falls sich das Nahrung und Arbeitsplätze anbieten kann... Ja... Nahrung... Haben wir sowas? Sowas in der Art? Ich glaube nämlich... Nein... Die haben Fleisch... Jede Menge Fleisch... Uhuuhuuhuhu... Uhuuhuuhu... Ich glaube ich werde dir auch eine kleine Aufnahmepause einlegen... Zeig dir schon wieder richtig rum... Und ich sage stören fürs Zuschauen... Und Uh... da ist... Flavius... Flavius Voldemort... Also dann bis zum nächsten Mal... Tschüüüüüss... 750 Jahre vor Christi Geburt. Der Beginn eines Weges, der weiterführen würde, als sich irgendjemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Bauern gründeten eine Siedlung am Ufer des Tigern. Sie nannten die Siedlung Rom.